Die Präsentation der besten Weine im Burgenland, hier im Schloss Esterhase, im Heidensaal, den schönsten Saal des Burgenlandes, ist immer ein Höhepunkt des burgenländischen Weinganges. Und hier präsentieren sich die Winzerinnen und Winzern mit ihren besten Weinen und wir haben hier die Möglichkeit, dass wir verschiedene Sorten dementsprechend in das Rampenlicht stellen und die große Aufgabe für das Burgenland ist es, dass wir auf nationaler Ebene eben unsere Wertigkeit verteidigen, aber in Zukunft ist der internationale Markt der Fokus. Die Marke Burgenland ist mit dem Wein ein ganz wichtiges Thema und dementsprechend ist uns hier diese Veranstaltung ganz wichtig. So, ich durfte heute wieder mal dabei sein, wo die besten Weine im Burgenland verkostet waren und natürlich habe ich die Chance genützt und es hat sich gelohnt. Alle zwölf Weine, die eingereicht wurden, wurden mit Goldmedaille betacht und ich bin stolz, bin ich der Aktive, aber durfte heute mit dabei sein, wo unser Betrieb zum Betrieb des Jahres ausgezeichnet wurde. Hallo, ich bin die Anna von Weingut Hermann Fink aus Großflugstein. Ich bewirtschafte den Betrieb gemeinsam mit meinem Papa. Wir waren heute mit zwei Weinen im Stechen und haben den Landessieg für uns entschieden. Es freut mich wirklich viel, dass wir das geschafft haben, weil wir waren schon öfters im Stechen und heute haben wir endlich den Sieg geschafft. Ich freut mich, dass ich den Landessieg gemacht habe, den Zweigel Classic. Ich finde das super. Vorher habe ich auch den Landessieg gemacht, den gelben Muscatella, zweimal hintereinander. Das ist super. Ich bin aber sehr. Ich bin aber sehr. Ich bin aber sehr. Immer wieder in die Luft werde ich weiterentwickeln. Ich bin aber sehr.